moin und herzlich willkommen zurück hier bei harry potter lego harry potter für die switch und wir versuchen mal dass das geheimnis das eis zu lüften im haben den drachen ja weg geschnappt und das versuchen wir zu lüften und wir müssen aufmachen wo genau wie das machen können wissen natürlich haben wir gesehen hat aber es natürlich ganz cool zu wissen wie man es hier macht so da sind sie wieder die nun da kopflose nicht zeigt uns der weg ich kann nicht laufen kann so ein bisschen also ein bisschen was bieten das ja nicht schlecht ist immer so blöde was den ganzen weg immer hinterherlaufen das ist wirklich nervig wer sieht sind die anderen schulen noch hier die lieblichen mädels da jetzt eigentlich auch ein bisschen kann ich interessieren aber die sind immer dabei und und lachen sie aus hier so das ei heiße es aha das war cedric der hat uns jetzt einfach mal ein ähm ein quietschen gegeben was ja so viel bedeutet so geh doch mal baden aber wo wir hin sollen nein soll ich hin sollten nur auf die brücke geben und ihn zu treffen das natürlich cool zu sehen wie abgefahren so gucken wo wir hin müssen wir müssen dann in die toilette gehen wo auch die heulende myrte wohnt genau so das ist weiß ich auch nicht aber nick zeigt uns den weg komm nick wo ist die heulende myrte die heulen die heulen die heulen Ja, hier geht's rein. Ah, guck mal, da nimmt's schon Bart. Gut. Hä? Nein, ich muss da oben passen. Was? Jetzt. So, wir haben ja noch hier Krätze, aber wir haben die Katze. Das Krummbein kann aber reinkrappeln. Ein Segelschiff. Das ist auch nicht Kohle. So, wir müssen hier hoch. Ach, es gibt hier noch irgendwas zu entdecken. Das gibt's anscheinend gar nicht. Na gut. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Oho so. Da war. Zack. eine schnecke okay gibt es nur ein stein na gut noch ein stein gesammelt 50 kamen werden 150 fehlen auch aber na ja das ist ja nicht das spielt für uns wir wollen natürlich einfach nur das spiel schaffen so jetzt raus wenn wir uns das all geht und wir müssen auch noch baden gehen nachher mit dem beziehungsweise danach noch baden gibt uns ein tipp dass wir jetzt was er gehen soll ach quatsch jetzt jetzt weiß ich was wir tun müssen jetzt mal hier wasser einlassen ok müssen die griffe finden da ist zumindest noch einer drinnen das ist natürlich irgendwie den deckel zu machen wahrscheinlich mit druck woanders kommt naja hier ist auch druck also müssen den aufzumachen naja hier ist auch der kohle und ein schraubenzier freut er sich aber er gibt uns das ding das gute für uns dann können wir das ding schon mal ran bauen was wir nutzen noch zwei einer ist da drin einer ist hier in diesem bock drin okay so haben wir noch ein denn fehlt uns noch der letzte wie soll man den bekommen ich weiß es nicht aber wir kriegen den schon so so näher es war das anders gar nicht machen da den hangern das kann sie an er zaubern kann sie auch den deckel gezaubern perfekt kommen schon hier oh jetzt ja 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 Kann man da Wasser reinlassen? Ach ne, es geht nur auf, ok Ja, eigentlich hätte man ja jetzt Wasser reinlassen Weil wir ja noch gar nicht baden waren Ach, da ist das Bad, ok Okay Kannst du aber machen, ok Oh, da ist sie Oh nein, die Scheiben Oh, zieht los Ach, okay, jetzt können wir Wasser fallen lassen Ja, ich habe Wasser gemacht, guck mal, freut mich Danke 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 Oh, Warte Und Wasser bitte Oh Okay, alle verschiedene Farben und trotzdem So Oh. Zumindest wissen wir jetzt, was wir machen sollen. Nein, du kannst ihn doch eh flucken, was willst du mit meinem Harry denn? Oder? Macht doch gar keinen Sinn. So, folg mir ihn nochmal. Zum nächsten, ich glaube wir müssen zum nächsten Test jetzt, ne? Behaupte ich mal. Können wir gut vorstellen. So laufen wir jetzt mal hin. Das ist ein bisschen doof, dass wir überall hinlaufen können. Eine Übersichtskarte wäre cooler gewesen. Wo man einfach dann drauf drücken kann und dann landen wir direkt da. Das hier ja wirklich sehr nervig ist. So. Ein bisschen hier lenkt, okay. Okay, der ist jetzt überall rein können. Hm. So. 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 Oh. Oh. Cool War ich noch kurz gerettet? Nicht wenn der Wanderer fällt ne, der gute Mann? He Wo geht es denn hier hin? Gutes hier sind in diesem Gebiet die machen wir ja noch gar nicht. einen riesen aber wir gehen jetzt mal den typen der haupt anliegen da ist er schon und wartet auf unser so wissen dass unsere besten freunde und gefangen sind in diesem meer ja 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 so ist ein paar kiemen ich fülle mal da rein Ah, ok, guck mal. Sehr gut. Hinten, guck mal gerade die Füße an. Ich weiß nicht, ob ich das nicht höre nach oben. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier kommen wir doch. Ah, die richtige Richtung. Also müssen wir uns mal kurz überlegen. Hä, komm ich da nicht hoch? Oh, ich war nicht höher da. Verstehe ich jetzt nicht, wo wir hin müssen? Wir sind wahrscheinlich doch in diese Richtung, ne? Wir sind ein bisschen höher? Ne, geht auch nicht. In die andere Richtung schwimmen? Mal gucken. Ah, guck mal, hier geht's auch weiter, ok. Oh. Machen die denn immer da mal eine? Nervig. Nervig. Ich schwöre auch die ganze Zeit hinterher. Super. Ich weiß nicht, wo ich hier hin kann. Oh, okay. Ich weiß nicht, wo ich hier hin kann. Oh, okay. Okay. Ah. Aufschluss, Patrick, wir gehen ein bisschen weiter. Oh, Mann. Das nervt auch so ein bisschen. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Haben wir eine Unterkünfte. Okay, ein Fisch. Der... Der Mauer einschlägt. Da siehst du. Praktisch. Na, los geht's. Harry schwirrt ein bisschen rückwärts. Mach den Moonbok im Bossa. Oh, Harry. Hoch. Ha. So witzig. So. Ich will oben längs. Und du unten längs. Ach, nein. Du musst dir ja unten regeln eigentlich, ne? Aber das kann er wahrscheinlich nicht. Ah, kann man das mit Licht machen, hier? Wir schwimmen mal nach unten. Gucken mal, ob wir da unten helfen können. Sind wir durch da? Ah, okay, warte. Ach, Mann. Ah, ha. Ah, man. Und du bist nervig. hat mich schon wieder da oben ist ein kraken wir müssen jetzt ihn hier wie ein Bruder nehmen ok, warte mal, müssen wir das andere machen, oder? das ist nicht so clever das ist nicht so clever das ist nicht so schwer, ne? so, schwimm hier durch da macht er ein bisschen Nebel da mach mal, mach mal eine Perle, oh ok, ja klar, die Muschel braucht eine Perle wieso auch nicht dann freut sie sich oh, das ist eine liebevolle Perle die ich da gefunden habe ja, los, weg, weg, weg oh, komm schon dann bin ich da und dann bin ich da rein oh, da hängt ein bisschen in die Binder Hey Mann Ah nein die ruhe du bist die nervig man hilft doch mal die tun ich halte mich nur fest ok da machen soll wird auch bestimmt darauf jetzt okay ich hatte gerade nicht warum nicht okay befreit müssen wir hier natürlich die auch noch befreien 3 ok Okay. Das wurde ja da. Okay. da ist Ron, der muss auch noch befreit werden so, jetzt haben wir noch alle befreit genau da freut sich der Ron, da freut sich der Ron ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei, bis dahin, tschüss und die gute Ferrendutzung wenn alles lief, du musst oder du bist sẽ des